Heute öffnen wir das zweite Türchen an unserem Speed Learning Adventskalender. Der mathematische Muntermacher, ein Podcast der Speed Learning School, von und mit Michael Junger. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen mathematischen Muntermacher. Ich heiße Michael und von mir erfahrt ihr jetzt, was ihr tun sollt. Ich lese euch gleich Aufgabenimpulse vor und ihr sollt im Kopf die zugehörigen Lösungen ermitteln. Nach einigen Sekunden nenne ich euch dann die richtige Lösung und ihr stellt fest, ob eure eigene Lösung im Kopf auch richtig war. Dazu ein Beispiel. Der Aufgabenimpuls heißt, 5 mehr als der neunte Teil von 54. Nun, der neunte Teil von 54 ist 6 und 5 mehr als 6 ist 11. Die richtige Lösung von 5 mehr als der neunte Teil von 54 ist also 11. Habt ihr das verstanden? Dann kann es ja losgehen. Aufgabe 1 6 mehr als die Hälfte von 38. 6 mehr als die Hälfte von 38. Die richtige Lösung heißt 25. Aufgabe 2 9 weniger als das Achtfache von 7. 9 weniger als das Achtfache von 7. Die richtige Lösung heißt jetzt 47. Wir kommen zur Aufgabe 3. 5 mehr als der achte Teil von 72. 5 mehr als der achte Teil von 72. Jetzt heißt die Lösung 14. 3 weniger als das Doppelte von 26. 3 weniger als das Doppelte von 26. 3 weniger als das Doppelte von 26. Acht mehr als das Sechsfache von 9. Und die Lösung dieser letzten Aufgabe heißt jetzt 62. So ihr Lieben, das war's für dieses Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Muntermacher auch wieder dabei seid und sage bis dahin Tschüss. Das war ein mathematischer Muntermacher von Michael Junger. Dieser Podcast wird präsentiert von der Speed Learning School und wenn du noch mehr solches Material zur persönlichen Leistungssteigerung möchtest, dann gehe auf die Seite speedlearningschool.de und werde Speed Learner. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner. Bis zum nächsten Mal.